Im Sommer 2015 hat das Land Baden-Württemberg die BITBW gegründet. Wir sind die zentrale IT-Dienstleisterin für die Landesverwaltung. Die BITBW ist als Landesoberbehörde verantwortlich für den sicheren Betrieb, Pflege- und Weiterentwicklung der IT-Dienstleistungen für das Land. Alle Dienststellen und Einrichtungen der Landesverwaltung sind unsere Kunden und kaufen unsere IT-Services. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr rund 60.000 Arbeitsplätze in der Bürokommunikation bereitzustellen. Zu den zentralen Aufgaben der BITBW gehört das Management sämtlicher Software-Lizenzen des Landes. Bevor die BITBW an den Start ging, gab es nur ein dezentrales Software-Management. Die historisch gewachsene Zusammenstellung aller Lizenzen war sehr komplex und zum Teil unvorteilhaft für das Land. Mangels Überblick war beispielsweise kein Lizenz-Pulling möglich, also der Einsatz von freigewordenen Lizenzen in einer anderen Behörde, die Bedarf hatte. Außerdem stand aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten quasi ständig irgendwo eine Verhandlung zur Verlängerung oder Anpassung der Lizenzverträge an. Wir mussten also schnellstmöglich einen einheitlichen Standard für unser Software-Asset-Management schaffen, um unsere Lizenzen so kostengünstig und effizient wie möglich zu verwalten. Gemeinsam mit Microsoft und zertifizierten SEM-Partnern haben wir während der letzten drei Jahre unsere Lizenz-Nachweise und Verträge auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Falls notwendig, wurden auch Prozesse optimiert. Microsoft hat uns dabei Vorschläge gemacht, wie wir unsere landesweit vorhandenen Lizenzverträge sinnvoll konsolidieren können. Das Ergebnis, alle Beschaffungen von Microsoft-Lizenzen für Client- und Serverprodukte passieren jetzt zentral und richten sich am tatsächlichen Bedarf aus. Die Einführung eines Software-Asset-Management-Tools war ebenso Bestandteil des Projekts. Damit können wir nun alle Lizenzbestände zentral managen. Unser Projekt zum Software-Asset-Management ist ein Erfolg. Sichtbarer Ausdruck ist das von Microsoft verliehene SEM-Zertifikat. Es bescheinigt uns Compliance in der Lizenzierung und ein am international gültigen ISO-Standard ausgerichtetes Lizenz-Lizenzmanagement. Ein weiterer Gewinn sind der Übergang zu wenigen zentralen Lizenzverträgen und deren angeglichenen Laufzeiten. Wir können jetzt alle drei Jahre die Verträge gebündelt verhandeln. Das erspart uns immens viel Zeit. Auf dieser Grundlage sind wir in der Lage bedarfsgerecht Zeit, Lizenzverträge neu abzuschließen und dadurch die Kosten zu senken. Schutz prescription Honorarzero til Quiz장이 mit einer Therein Damit zum маленьgen wir auch mit Be havoc sind, werden wir 멋 gamulieren. Zumiding! Zumindest im Ohr.